so erster bis heute vierter tag vierter tag mittwoch timi während der fahrt der wichser fridolin hat heute keinen hunger also erster bis nach gefühlten zehn stunden übrigens bei voller fahrt beim schleppen kommt mir was drauf mittleren aber im moment überhaupt nichts machen und und Gut hochkommen. Ja, die haben die Ruhe. Jetzt die Bootseiten wechseln. Jetzt weiß ich nicht, wo es anders ist. Gut sein, ich denke, ich habe bestimmt nur die Straße. Köhler. Scheiße. Zange? Ich brauche die Zange. Oh, ich brauche die Zange. Oh, ich brauche die Zange. Oh, ich brauche die Zange. Ich brauche die Zange. Oh, ich brauche die Zange. Oh, ich brauche die Krä tart. Klar. Tja.. Ruuume. Ich bin voller Fahrt. Na ja, haben wir Köder. Ja, eben. Schade, wir haben genug geholfen.